Jo Leute was geht ab ZackTV wieder hier im Start mit ein Befragungselement und ja oder wie es auch immer heißt und zwar ich werde hier ein paar intros die dann für meinen Kanal ihr werdet natürlich sagen ob intro 1 2 oder so und das werde ich denn immer versuchen also meistens und GTA 5 online wird ab nächste woche oder so kommen und ja dann würde ich sagen starten wir und ja los geht's ich hoffe euch gefallen die intros wenn ihr ein intro empfehlen würde dann schickt den link oder aber meistens ja da schreibt ihr einfach intro 1 und ja also legen wir los ich werde dann natürlich auch schneiden bei denen nichts okay los geht's okay jetzt kommt ihr zu ein intro was ich gestern bei let's play plug and play am ende genommen habe und ja los geht mit auch mit dieses okay hier kommen wir zum letzten ja okay ich hoffe euch hat dieses video gefallen lasst ein leichter und ja so jetzt bin ich einfach nur schwarze haare also lasst ein leichter und ja dann sehen wir uns beim nächsten mal videos bis bald